Guten Tag, mein Name ist Carsten Hebenthal. Ich bin Schulleiter der Günter-Wöhe-Schulen und des Günter-Wöhe-Gymnasiums, einer weltoffenen beruflichen Schule hier im Herzen der Landeshauptstadt Saarbrücken. Wir sind eine Schule mit den besonderen Profilen Wirtschaft, Gesundheit und Soziales und Informatik. Bei uns unterrichten Experten, die berufliche Erfahrungen in diesen Bereichen haben und ihnen berufliche Handlungskompetenzen und Studierfähigkeit vermitteln. Wir freuen uns auf Sie. Hallo, mein Name ist Elke Häuser. Mein Name ist Axel Wöstenfeld. Mein Name ist Leslie Kliemanns. Wir sind das Leitungsteam der Fachoberschule für Wirtschaft. Unsere Schulform führt zur fachgebundenen Hochschulreife und wir machen euch fit für Studium und Berufsausbildung. Und alles weitere hört ihr am besten von unseren Schülern. Hallo, Charlotte ist mein Name. Ich bin 18 Jahre jung. Ich habe eine Ausbildung zur Einzelhandelskauffrau absolviert und durch meinen Bruder weiß ich, dass man hier auf der Günter-Wöhe-Schule mit einer abgeschlossenen Ausbildung das Fachabitur in einem Jahr absolvieren kann. Hallo, mein Name ist Robin-Jan Patat. Ich bin derzeit Schüler der 12. Klasse an der Fachoberschule für Wirtschaft an den Günter-Wöhe-Schulen in Saarbrücken. Die Möglichkeit, bereits erlernte Fähigkeiten aus dem betrieblichen Jahrespraktikum in der Klassenstufe 11, auch in der Klassenstufe 12 schulisch theoretisch weiter auszubauen, war meine Motivation, mein Fachabitur an den Günter-Wöhe-Schulen in Saarbrücken zu absolvieren.